Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Famramen Video. Heute zeige ich euch Türchen Nummer 18 und dann komme ich auch zuerst zu einem Bug. Mir wird hier schon die ganze Zeit hier Bonus Good Snowdown eingezeigt, obwohl ich den schon eingelöst habe. Das nervt auch richtig. So, hinter Türchen Nummer 18 verbirgt sich heute mal wieder ein Wallpaper. Ja, das glaub ich schon mal, also ich finde das jetzt eigentlich total doof, weil was soll mir damit, also. Ich wechsle doch nicht jeden Tag in meinen Hintergrund vom Bildschirm, also. Also ich brauche es nicht. Hoffentlich bekommen wir dafür dann am 24. Mal etwas Gutes. Und morgen am 19.12.2011 startet wieder ein Event, ein Weihnachtsevent. Und da müssen wir, na da müsst ihr drei neue Feldpflanzen anbauen. Und es warten tolle Items auf euch. Aber wenn man schon hört, drei Feldpflanzen in zehn Tagen, das hört sich schon wieder unmöglich an. Dann lassen wir uns mal überraschen. Also ich weiß im Moment noch nichts. Wie schwer das wird, aber ich schätze mal, das wird nicht einfach. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen vierten Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.